Ich produziere nicht genug Strom. Schaté, schaté. Abonnieren. Und damit ein wunderschönes Hallihallo-Löchchen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Academy mit Lilith. Hallo. Weiter im Stream. Wo ich jetzt das mal fertig gebaut habe. Also soweit funktionieren, fertig gebaut. Also hier geht das alles aus der Dermannkiste raus. Einmal hier unten rein, da wo das nicht der Quart, wo ich mal die Koboldärzte reinmache, wo nur Koboldärzte reingehen. Dann oben, wo ich die ganzen Erze sowieso mal reinschmeiße, wo ich dann halt mit einem Blacklist-Filter gearbeitet habe. Dass dann nur bestimmte Sachen reingehen. Und dann hier rein, wo dann nur die Sachen reingehen, die wirklich da auch da rein dürfen. Dementsprechend läuft jetzt auch alles. Lager wollte ich gerade nicht erweitern. Ob, jetzt hängt meine Maus hier fest. Was ist denn der Scheiß? Mal eben fix etwas vorbereiten. Und zwar brauche ich weitere... Kekse. Weitere 40 Bonsais. Ich hätte gelacht, wenn er jetzt Kekse gesackt hätte. Nein, ich wollte Bonsais. 18 Stück habe ich geschafft. Hurra. Toll, jetzt habe ich kein Holz mehr dabei. Ah, Shitaka. Ich brauche Clay. Die müssen auch gemacht werden, so. Mach es dir selbst. Nein. Abgelehnt, weil wir erst nicht. Das muss ich jetzt zum Glück trotzdem noch. Geht auch gut rein, aber leider habe ich echt... Ich habe viel zu wenig Strom. So. Dann brauchen wir noch Item-Dokte. Servos. Und dann war es das. Servo. Brauchen wir normale, weil da reichen normale vollkommen aus. Zack, machen wir noch mal ein paar mehr. 11. Danke. Cool. Zum Glück haben wir noch Clear Glass. Bisschen geht nicht mehr. Ha, 38. Ich wollte eine 140 haben. Geh bei mir ins Lager. Nein, mir fehlt jetzt gerade Iron Nuggets. Dann nimm dir Eisen bei mir raus. Hä? Ich habe doch genug. Hä? Du hast genug Eisen vergessen. Ich habe 10.541 Eisen. Ich habe nur keine Nuggets mehr gehabt. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Löcher füllen. Ach nee. Glas. Äh, nicht Glas. Äh. 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 Holz. So, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Genau. Itemdukte brauche ich jetzt. Und ich brauche nicht nur 40 Servos, obwohl es auch 40 reichen. Dann brauche ich aber auch nur 20 Bonsais. Oh nein. Das war ein Herdrunner. Gucken wir dann gleich nochmal. Die war heißen drinnen. Dann brauchen wir noch Kisten. Wir nehmen sowohl Birke, nee nicht Birke. Wir haben, was haben wir genommen? Akazie und Spruce glaube ich. Haben wir noch Spruce Wood? Natürlich haben wir. Das rags doch noch so blöd. Äh, nee. Ich meine oben im Lager. Was soll? Ja, unten habe ich genug. So. Ausgleiten mache ich dann auch erstmal. Wahrscheinlich wäre es später. Je nachdem, wie wir in dieser Folge kommen. Ähm. So. Fangen wir an. Das soll ja alles hierher kommen. Dementsprechend mache ich mal hier so ein bisschen Platz. Oh, mein Hammer kann wieder zum Einsatz kommen. Ich liebe meinen Hammer. Wird ich aber nicht. Du bist Hammer. Ähm. Was? Wie du dich bewegst in deinem Laptop. So, das sind's an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Logischerweise. Äh, dann genau hier angefangen. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Der wird dann nicht durchgezogen. So. Hier kommen dann wiederum die Kisten hin. Kiste, Kiste, Kiste. Bruce. 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 Danke. Dann kommt Akazie. 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 So, dann kommen da die Servos ran. Hier oben darf nur Holz durch, genau. So. Also nur Eichenholz mein ich. Das hab ich halt bei der anderen Seite auch die ganze Zeit gemacht. Das ist eine sehr eintönige Arbeit. Aber damit kann ich leben. Ah, du Mistvieh, wo bist du? Hm. Ich hätte gerade das Gelände angepupst. Mit deiner Trompete. Mistvieh, ey. Geh mir voll auf den Senker. Also ich hab jetzt zwei, vier, sechs, neun Stacks Clear Glass. Aber das läuft. Hast du ja genug Sand gesammelt, ne? Hast du immer noch 900 irgendwas. Ja. Hast du noch 511 Blöcke? Das dauert eine Weile, bis das fertig ist. Ja. Ich wollte gerade nur nachkontrollieren. Hier drauf kommen dann die ganzen Bonsais. Natürlich fehlen noch zwei, die hol ich jetzt gleich noch. Ja, die hol ich mal eben. Oh, du bist schlafen gegangen. Ja, ich fahr gerade auf dem Weg nach draußen. Hab ich gesehen, es ist dunkel. Also bin ich wieder zurückgegangen. Mensch, ich bin begeistert von dir. Ich wusste, dass du einen Kommentar kannst können. Jetzt geh ich an mein Lager. Wollt gerade eigentlich neue Bonsais machen. Oder schreib ich rein, Mensch. Bonsai. So, zwei Stück bitte. Danke. Und ein bisschen Dörrt. Dörrt. Ey, wir sind hier nicht bei Gronkh und Tovinator. Genau darüber haben die sich auch ständig in den Folgen lustig gemacht. Echt? Über die Sprachfehler von Gronkh. Oh. Vergleiche ich mich nicht mit ihm. Ich glaube ich... Ne, hab ich nicht. Ich dachte immer noch, ich hab einen Fehler gemacht, aber hab ich nicht. Dann. Ähm... Ich mache Boing. Eichensatzlinge. Boing. 20 Stück. Ah. Ja, ich brauchte eh Holz. So. Dann immer hier. Zack. 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 Jetzt wachsen da 40 Bäume. Hallo, Merth. Willkommen zurück. Da ist das Skelett. Du, Missvieh. Bitte wohl. Alter. Mach nicht sowas mit mir. Okay, jetzt habe ich ein Problemchen. Ich glaube, ich muss mal die Räume ein bisschen... Wo geht hier das Kabel lang? Muss ich mal gucken. Hier. Hier, mein Gott, das Loch zu. Ich muss hier, 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 so. Einmal bitte ein Kabel langlegen. Klingt aber auch nicht so gut. Weil ich nicht mehr gelaut reinhusten würde. Ich habe einen trockenen Hals, ich habe vergessen zu trinken. Ja, das solltest du nicht tun. Ja. Außerdem ist ja eklige Heizungsluft. Aber ich habe das für einen Zerhafen. Oh Gott, zeigen wir doch Heizung aus, aber hast du ja vorhin schon. Mhm. So, hier wird dann alles außer Eichenholz durchgeliefert. Mehrtag, der trinkt gerade was. Was trinkst du dann? So. Ich will wissen, ob es beneidenswert ist oder nicht. Wasser. Okay, nicht überleidenswert. Nein, du hast was besseres heute. Ja. Da kann ich auch auf der Uhr nicht trinken. Möchte das aber nicht rausgehen. Nein. Ich habe das hier vergessen. Dann geht's raus. Das geht raus. Er sagt, du sollst auch auf trinken. Dann muss ich mich aber wieder muten und das nervt mich gerade. Mach du einfach. Ich hasse alles. Du musst erst mal das Knöpfchen suchen. Such. Puf. Such. Aber such. Pup. 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 Äh, doch, muss sie, weil sie trinkt laut. Pup. Ähm. Ich bin immer so gierig beim Trinken, dass ich die Flasche immer zu drücke. Und er hasst es, wenn da solche Knistergeräusche und so drinnen sind. Also fülle ich mir meine Chips nicht irgendwie, ja, dann nehme ich meine Chips nicht aus der Chips-Tüte, sondern fülle sie in der Schnalle und beim Trinken mute ich mich, weil das ihm zu laut ist. Das ist auch richtig so. Ah, jetzt darf ich schon wieder hoch. Me too. Er ist auch so gierig. Ne, ich finde, dass es also gerade in Streams und Aufnahmen gehört hat, sowas nicht unbedingt rein. Bei Streams kann man sagen, okay, was soll's, fuck auf, ne? Aber bei Aufnahmen muss das ja nicht so unbedingt sein. Jetzt bin ich voll der Spieße da. Nee. Spruce, Akatsia, Spruce, Akatsia, Spruce, Akatsio, Spruce, Akatsio. So. Jetzt kann ja alles schön Wunderbar durchgehen Oh nein Ich muss die ganzen Bonsais wieder abbauen Das hast du falsch gemacht Ich hab doch aus Bonsais gemacht Aber keine Keine Hoppa Bonsais Oh, das ist so doof Kannst du die Bonsai Dinger noch umändern? Ja klar, man muss sowieso Einmal Bonsai machen und einen Hopper Und dann fügst du die zusammen Achso, okay Das nervt mich schon gerade Wenn du Fensterscheiben machst Und die falsche Farbe nimmst Darfst du die ja gleich nochmal neu machen Das stimmt Das Lager hat nicht genug Strom Aber es wird jetzt gerade ein bisschen mehr Weil ich wahrscheinlich nichts mehr verbrenne Uiuiui Ich brauche eine stärkere Strom Spannung Reaktorbahn Gibt's nicht Ja doch, es gibt einen Draconien im Reaktor Aber nein Wieso, ne? Das ist der, der alles sprengt kann Wenn man's falsch macht Dann baue ich ihn ganz weit unten Er sprengt mehrere tausend Blöcke gefühlt Ich weiß Nein, 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 nein Das mache ich nicht mit Schade, schade Ja, ja, das hättest du wohl gerne Ja Du weißt, wenn ich hier einen baue Der wird auch dich mittreffen, ne? Ja Dann ist ein Loch für den Arsch Dann hast du ein Loch Okay doch Dann hast du ein großes Loch Ja Ein riesen, riesen, riesen Loch Wenigstens irgendwas Großes mal in meiner Umgebung Okay, für mich ist alles große Okay, das klingt jetzt gerade ganz schön böse mir gegenüber Okay, Themawechsel, komm Da hab ich nicht gesagt Ich hab ja familienfreundlich meine Streams, ne? Aha Okay, das ist eigentlich eins der Tags, die ich nutze dafür Jetzt muss ich Mert mobben Warum musst du ihn mobben? Er ist halt so So Was? Guck mal, Jet Wenn ihr an diese Loots rankommt, dann reden wir weiter Aua Ich hab dich viel zu laut gestellt, das ist nicht gut für meine Ohren Problem ist, ihr könnt halt nicht an meinen Loots rankommen Aha So Das geht halt auch So bist du angenehm leise Weil mein Loots Dafür hab ich aber einen Hinter meinem Namen, was? Ach so, ein L Ach so Ja Kann sie auch haben Nach zwei In zwei Monaten hat sie das Was? In zwei Monaten hättest du es auch Wieso? Wenn du noch zwei Monate subs Nö Hab ich geschenkt gekriegt Einfach nö So Ja Du bist voll schäbig, weißt du In deine Mods gibst du das nicht Die Subs, meinst du? Deine Buchstaben Ja, die kann ich ja Das geht ja nur, wenn Wenn, wenn, wenn Wenn abonniert wird Das kann ich euch ja nicht einfach so geben Puh Das geht halt nicht Puh Hast du doch auch Ja, ist ja auch mein Kanal Ist ja wohl logisch, ne? Ich design dir nie wieder was Das L hast du mir nicht designed? Nein, aber ich hab dir ein Kalid aus designed Stimmt Mein Wasserzeichen Also ein halbes Wasserzeichen, man sieht's ja, aber Hast du im Stream drin? Äh, nee Nur in dem Willkommensbildschirm, glaub ich Ne, den Aufnahmen hab ich nicht dran Und stream so Deliv möchte Rechte Deliv hat Rechte Alle, die sie halt kriegen kann Außer Kanallöschung, aber das hab's nicht mal ich Obwohl, doch Hab ich Also, ich könnt ihn jetzt auch kicken, ne? Also, die Möglichkeit hätte ich Nee, dich nicht Achso Nein, Twitch-Rechte Oh, Twitch-Rechte Ja Hä? Was denn? Ich hab keinen Redstone mehr Ich glaub, ich spinne Mein Redstone muss ganz schön verarbeitet werden Alter So, 1K Und nochmal 9 Und nochmal 9 So, das sind 27 davon Dann brauche ich jetzt 4K Wer sich wundert Eigentlich wollte ich dazwischen eine Aufnahme machen Problem an der ganzen Sache ist Ähm Ich hab das Problem gehabt Dass ich ja keinen Strom hatte Und dementsprechend hab ich jetzt alles ein bisschen vorgezogen Und somit Ja, mach jetzt alles so nebenbei So viel ich halt kann So, Basic Prozessor Bekommt sie das auch, glaub ich? Zeichnen-Stack Weiß nicht I don't know what I meant Ähm, mit dem Loot Wenn ich Twitch-Rechte hätte Ähm, ja Aber irgendwann hast du auf jeden Fall Wenn du halt dann auf genug abonniert hast Nö Support ist kein Mord Das ist so ein Satz, der momentan immer in den ganzen Social-Media-Zeiten so hoch und runter gesehen wird Machen ganz viele Leute Support ist kein Mord So, Alter Dein Gesang aber Oh ja Das stimmt Also neben dir ist der Schöne, als wenn man das über das Mikro hört Muss ich sagen Dach Da klingt das noch einigermaßen süß Aber das vorhin Was bitte? So, wir brauchen bei mir neue Spinnenweben hier Ich habe keine Spinnenweben Du magst Spinnen doch auch keine Nö, aber ich brauch's ja hier Im Spiel Na super, ich habe nicht mal ein Spinnen-Dings Ähm, Mob, Prisonment-Tool Da brauch ich eine Spenne Natürlich haben wir uns gerade Tag gemacht, ne? Hast du? Ja Ich gehe in die Höhle und suche eine Spenne Obwohl, kann ich nicht Ja, dann machen wir später Mob, ähm Prisonment-Tool Kommt im Sommer Facecam? Was? Er fragt, ob im Sommer die Facecam kommt Keine Ahnung Warum? Ich weiß noch nicht Mal gucken Du willst die gar nicht sehen, glaub mir Dich? Ja Hä? Aber er hat doch Sieh, die Facecam Weil's dann hell ist Ja, aber Aber Das ist doch nicht so wichtig Aber er kann doch auch bei deinen Clips reingucken Dann weiß er doch auch, wie du aussiehst Er weiß doch, wie ich aussiehe Er will nur die Er will mich nur nebenbei beobachten Beim Zocken Achso Das empfehle ich ihm noch nicht Ich kann zum Glück rumlaufen, wie ich will Ich hab ja jetzt meinen eigenen Zockerbereich Stimmt auffallend Das stimmt Den Haftschmer Bei mir gibt's ja eh keine Bei mir gibt's ja eh keine Cam Ich auch Gut, ich hab einen am Laptop, aber meine Jan Ja, wozu auch? Sie hat eine ganz gute Quali Ja, wozu anmachen, meine ich? Ja, eben Aber warum gehen die Sachen hier nicht raus? Ich hab ja das auf den Blacklist gesetzt Und ich hab die Whiteliste Ne, ich muss grad irgendwie Das Threads noch mal umstellen Und dann geht das irgendwie Sehr merkwürdig Ach, schon wieder Oh, hier gehen die Die Sticks gehen hier nicht raus Oh, da seh ich das noch nicht Ne Muss ich nochmal abbauen? Ganz auf Warte mal Ach, Schuss Ich lass die jetzt mal stehen kurz Ich komm das nachher mal an Ich will noch nicht zu lange hier Zeit verbrauchen Oder? Weiter schnell Mach Ich hab eh Zeit Ganz schnell Das geht fix War wohl nix Ne Ja, nö Ich bin doch geil Ich baue vorhin die Kisten ab Um die dann direkt wieder hinzubauen Das war voll Quatsch Eigentlich wollte ich da was reinbauen Deswegen ich die Kisten weggebaut hab Ja gut, egal Das kann ich auch später machen Wenn ich den Raum mal Bisschen hübscher mache So Also Er sagt For me Spaß Hey, es kam nur für dich Privatvorstellung Das kostet extra Darüber reden wir nochmal Oh nö Keine verkauft sich Mach der Handy mal richtig Homeoffice Was? Achso Na, muss ich mal so sagen Es reicht ein Zap Ich verarschen Ja, ein Zap Sohn jetzt 5 Dollar Das ist, ne Also wenn Darüber rede ich jetzt Nein, darüber rede ich mit dir nicht Man ist viel zu jüng dafür Spass Nein, nein, nein Also dich meine ich Dich meine ich Ich? Ja Warum? Deine Fantasien Doof gehört Nein Das ist 6,99 Zum Zap Teurer geworden Lebst schon Lebst schon viel zu lange Von Ähm Von Prime, ne Wie mein Du Ne Ein Zap Kost Soweit ich weiß Äh 5,99 Oder Ne 4,99 Keine Ahnung Weiß nicht mehr Lebst schon zu lange Von Prime Sehr wohl Was ich selber Einnehme Was? Sehr wohl Was ich selber Einnehmen würde In etwa So, wie schaut das Jetzt halt hier aus Hier müsste auch Eine ganze Menge Mittlerweile Mehr durchgehen Ach geht doch Ich bin gleich oben Ach ist doch gut Ja, das Problem ist Dass ich die Leiter Nicht abbauen kann In dem Falle Weil ich sonst Nicht wieder hochkam Oder sie nochmal Neu aufbauen muss Also verschenken kostet 6,99 Okay, krass Äh, was? Verschenken ist teurer Als sich Ei selbst anzukaufen Ja gut Kann man mal Oh, das ist noch lange Ein Abo schenken 6,99 Eine Anzeige Hurra Abonnieren Äh Ähm Kann ich gerade nicht Ich habe Stufe 1 Abo Ja Kann ich gerade gar nicht gucken Gut Aber da ist jetzt gerade in der Folge Echt nichts mehr passiert Weil ich jetzt gerade überall Nur noch ein bisschen warten muss Würde ich sagen Ich beende die Folge erst nochmal Mach das Wollte ich sagen Danke fürs Zuhören Weil viel passiert ist ja optisch nicht Außer dass wir die ganze Zeit Irgendwelche Items rumfahren sehen Weil nicht mehr passiert Ich halte echt warten Ich muss ja keinen Strom haben Und was zum nächsten Mal Genau Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tage Bis zum nächsten Mal.